Guten Tag, wir zwei wieder. König Arthur und Excalibur. Wir sind konsequent erfolglos und wir stehen dazu. Wir machen immer weiter und wir geben keine Wuh. Wir sind konsequent erfolglos und haben Spaß daran. Wer zieht wegen? Ich bin Excalibur, ich bin ja so scharf. Er ist sprachlos, also hatte ich recht. Wir haben wieder was. Ja? Ja, wir haben zwei Sachen, Leute. Wir haben eine, ich weiß jetzt, wie fällt das Wort nicht ein, egal. Reden weiter. Schon schafft der Kerl, also wer immer kennenlernen will. Zum einen haben wir bereits die neue Loot-Chest am Start, die diesen Monat wieder gut zerlissen wird überall. Das heißt, unsere Chancen steigen, dass es wieder toll wird. Und wir haben eine absolute Weltneuheit, von der du auch noch nichts weißt. Und zwar ist was Neues auch auf den Markt gekommen. Es ist falsch, es gibt ein neues Teil. Und das ist weltweit limitiert auf drei Stück. Und du bist heute der Erste, der jetzt kommen will. Hast du beim Tobi, ja. Tobias bestellt. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Geil. Die Liga sind schon echt cool. Wenn irgendjemand mal Interesse daran haben sollte, dass wir unsere eigene Kollektion rausbringen oder so. Ja, cool. Danke, Tobias. Schreibt uns mal an, wir gucken, was wir machen können. Ja. Wir haben auch eine Premiere. Ja? Was hier noch? Ja, die Lugias kamen heute und heute packen wir sie aus. Stimmt. Das hatten wir auch noch nie. Das stimmt, ja. Das ist außer ab und zu mal im Sommer oder so, aber das ist schon echt eine Ausnahme. Ja, aber da kamen die ja dann auch und warst zu essen. Ja, aber die ist vor allen Dingen auch wirklich früh dran. Normalerweise gehen sie ja auch so, Klassant ist eigentlich offiziell ab dem 15. Und wir haben jetzt den 13. Ja. So, ja, Prost. Würde ich sagen. Wacoon City. Wacoon City. Ambräner Corporation. Corona. Passend zum Thema oder was jetzt? Willst du die nächsten Items anfassen? Ich trau mich nicht mehr. Das ist ein Wimpel. Ach, das sind die wieder, ja. Also für Fans von, äh, Resident Evil. Ja. Ist das schon ein cooles Teil. Ja. Die sind ein bisschen dreckig. Irgendwelche. Ja, nicht anfassen. Corona-Rotten. Na gut. Wir wollten eigentlich nicht über dieses Thema reden, aber... Du hast damit angefangen. Ja, tut mir leid, das ist... Ich konnte auch nicht ahnen, dass da jetzt so ein Teil rauskommt. Das hier sieht interessant aus. Fühlt sich interessanter. Ich kann mir den hinten... Oh, ein Star Trek, äh, Raumschiff. Sehr cool. Die Raumsch... Das Raumschiff war jetzt schon. Oder? Äh, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt im Detail mit den Modellen gar nicht aus. Das ist auch... Das ist auf jeden Fall nicht die Enterprise. Doch, Enterprise steht da drauf. Äh, mit den Nummern habe ich es nicht. Von der Optik her hätte ich es jetzt auch gesagt. Guck mal gerade, ob das... Das ist doch mit Sicherheit auch Edelmos. Weil die haben nämlich die ganze Kollektion. Ja, das ist Edelmos. Da hatte ich nämlich auch schon mal überlegt. Die haben wirklich die Kollektion mit den... Komplett allen Modellen, die es an Raumschiffen von Star Wars gab. Wenn das jetzt hier so einfach aufkommt. Das hat sogar einen Standfuß, ja. Ein Ständer hätte ich fast gesagt. An diesem Sinne nämlich schon echt nice. Also... Die gab es auch mal irgendwie... Die gab es auch mal in einem Abo, irgendwie so heiße. Ich kriege sie jeden Monat zwei von den Dingern zugeschickt. Aber so viele gibt es doch bei Star Trek gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Die ganzen Konfederations... Hast du Picacho? Nein, du hast keinen Amazon. Nein, ich habe nur Netflix. Ja, ich bin im Spicacho gucken. Ja, du auch. Und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Okay. Robi fährt heute noch warten, ne? Ja. Hallo, Schinden, die habe ich drauf. Keine Ahnung. Oh, was war Robi? Robi, Panther. Bei Robi denke ich immer direkt an Fallout, aber damit hat das jetzt irgendwie nichts zu tun. Pandora. Shoot, Loot, End, Repeat. Müsste uns mal einer aufklären, glaube ich. Das ist irgendein Spiel. Der hätte ich jetzt auch gesagt. Ich würde sogar sagen, das ist irgendein Shooter, aber... Ich komme auf das, äh, was habe ich gesagt, was steht drauf? Pandora. Ja, hier mit Shoot, Loot, Repeat. Ja, deswegen sag ich ja, das ist gar nicht... Das ist ja auch ein Spiel mit, auch mit diesen Loot-Boxen. Ich überlege gerade, nee, Borderlands. Borderlands ist zwar dem Kant ist ein Loot-Shooter, aber... Das passt von dem Auto, äh, also von dem Sein her irgendwie überhaupt nicht. Irgendeiner weiß es, irgendwie Kommentare, bitte. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ein Schreibset. Das ist doch wieder hier Harry-Dotter oder sowas. Ja, logisch. Ja. Eine Harry-Potter-Schreibst... Kuli, Bleistift, Papierkuli, Spitzer und Ideal. In einer wasserdichten-Box. Ganz wichtig, ja, dass man auch unter Wasser schnell noch so ein Testament machen kann. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das wasserdicht ist. Nee, da wäre ich nicht drin. Also, wer Harry Potter mal einen Brief schreiben will. Ja. So, Doom. Packen wir schon an, wie soll ich? Beilzeug. Würde ich jetzt fast vermuten. Nein, ein Schottglas. Ein Schottglas. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das war sogar. Ach, das sind die. Auf die habe ich schon mal abgesehen. Ach, die sind ja toll. Die sind richtig cool. Die sind ja cool. Auf die habe ich schon mal tatsächlich abgesehen. Und zwar gab sie, äh... Pumpkan-Munition. Und in dieser sekundären Loot-Quade, die wir ja dann am Ende nicht genommen haben, gab es die nämlich auch mal. Ja. Ja. Die sind cool. Pumpkan-Munition. Das ist echt geil. Das ist gut, ja. Was bäckern die Leute wieder? Ja, ich habe es auch gelesen. Ich meine, okay, ja, klar. Ich kann damit nichts anfangen. Ja, wie gesagt, für uns. Thematisch ist es jetzt, abgesehen von den Glädern, ist es jetzt auch noch nicht so duftig. Hier, weiß ich nicht, Eiskontakt oder was? Ja, irgendwie sowas. Lass es dir schmecken, ich esse es lieber nicht. Ah, da ist noch ein Comic drin, würde ich sagen. Ein Spider-Man-Gratis-Comic. Ja, den haben sie auch in den ganzen Comic-Läden und so rausgegeben. Ja, es war doch jetzt auch irgendwie ein Gratis-Comic, der gibt es ja jedes Jahr. Ja, Marvel Day war doch. Stimmt, Marvel Day war auch noch, ja. Ja, und dann kam das auch. Ja, nee, aber es gibt auch... Hier wollte ich mich schon bestellen, danke. So, ich glaube, wir sind durch. Ja. Nee, es gibt aber auch abhängig... Nee, unabhängig. Unabhängig von diesem Marvel Day gibt es auch einen Gratis-Comic-Tag irgendwie. Das kann möglich sein. Aber ich glaube, der ist auf den selben Tag gefallen. Kann sein. Der auf Deutsch. Bei den U-Chairs meistens, ja. Ja. Problem hast du nur bei der Z-Box, dass das solch immer auf Englisch ist, weil es ja eben auch ein Verwand aus England ist. Schick. Also, ich kann auch nicht verstehen, ob wir heute gemeckert haben. Ja, also, wie gesagt, wenn man mit den Lizenzen was anfangen kann, ist das Paket mega geil. Ja. Das heißt, man hört mal jetzt immer... Das heißt, man hört mal die Frage, ob auch Kumas gibt es jetzt nicht. Okay. Die drei Boxer an sich sind cool. Ja, die war ja schon, die war auch schon. Nee, das ist ja das Quartal. Ach, Quartal. Das zweite Quartal fängt ja erst im Mai an. Also, bei Super Mario muss... Also, da kommt auf jeden Fall Quartal 4, das ist... Bei Super Mario muss ich jetzt nicht zuschlagen, aber eine Batman-Box, die nehme ich gerne. Das letzte ist Dirk sein... War die? War die, glaube ich, die... Hier, warte mal, war die nicht eigentlich sogar für das erste Mal halt vorgesehen? Weiß ich nicht, ob sie es geändert haben oder so. Weil wir hatten... Nee, ich weiß nicht, es war die Simpsons, die ausgefallen ist. Käse. Ja, das kannst du ruhig... Das ist irgendwas mit Erdnussbutter und... Peanutbutter... Erdnussbutter... Warnbevollmildschokolade... Hier von der Firma Fook. Oh, ja. Das ist schon ganz lecker, der Karte. Lecker, lecker. Ja, cool. Oh, da ist das vom Letzmar-Funk-T-Shirt. Hm. Das war das erste T-Shirt, das war von dem. Ah, das ist das erste von dem, stimmt. Das war jetzt eigentlich das Plus. Ja. Die Schottgläser, gell? Nee. Nee. Was war denn das Plus? Ach, der Wimpel. Der Wimpels Plus. Ja, sag, stopp. Warum glaubt mir heute keiner was? Ja, cool. Hoppsa. Schick, schick. Äh, ja, also, ich find's gut. Ja. Ja. Der Comic ist richtig dick, sogar. Untergleitung, den, die sie sonst drin haben. Ja. Also, das ist halt ein Gratis-Comic. Ja, wo dann sind noch drei, äh, Vorschauen drin. Also, nice. Ja. Cool. Schöne Box. Ich freu mich vor allen Dingen über das, äh, über die Enterprise, muss ich mal ehrlich sagen. Und die Schottgläser, also. Hat schon gelohnt. Auf jeden Fall. Und jetzt hast du auch noch einen Grinder an. Nee, es ist, äh, es wird Zeit, dass ich eine Harry-Dotter-Box zusammenpacke. Ja. Wahrscheinlich gibt es nicht sogar zwei Boxen zusammen mittlerweile, weil. Und Zelda. Ja, also, wer uns was schicken möchte, unten drunter steht mal eine Adresse. Also, er sammelt alles von Zelda. Ja, mag er total. Ja, ich mag nichts Geileres. Hätt mir das schwul. Also, Zelda. Ja. Also. Ich, bevor er mich wünscht, wir schalten jetzt hier mal ab. Ja. Man braucht keine Zeugen. Wir sehen uns bald bei der nächsten Box. Ja. Also, macht's gut. Danke, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020